In unserer neuen Rubrik Impuls am Puls bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, ihre Geschäftsidee oder neuartige Produkte vorzustellen. Unsere heutige Firmenpräsentation führt uns in den Enzpongau nach Altenmarkt. Hier gibt es seit kurzem einen neuen Treffpunkt für Freunde von italienischer und internationaler Mode, für Damen und Herren, für Junge und Junggebliebene. Die Gemeinde Altenmarkt entwickelt sich immer mehr zum Einkaufszentrum des Enzpongauers. So eröffnete erst vor kurzem die Boutique Venti Duo seine Pforten. Inhaberin Petra Schilcher bietet ihren modebewussten Kunden ein breites Sortiment an Kleidung, Schuhen und Accessoires. Unser Hauptprogramm ist eigentlich ein italienisches Programm, das sehr umfassend ist, ist von klassischer Mode, das Kostüme beinhaltet bis zu Mäntel, Jacken, Hosen, lässige Teile. Auch Herren und Jugendliche können im Venti Duo fündig werden. Die angebotene Modelinie ist sowohl im Outfit als auch im Preis-Leistungs-Verhältnis jugendlichen Käufern angepasst. Eine bestimmte Altersgruppe spricht das Venti Duo nicht an. Es sind verschiedene Gruppen, diese jugendliche Gruppe, die auch Junggebliebenen anziehen können und dann der italienische Teil, der sehr klassisch sein kann und trotzdem auch sehr lästig sein kann. Also das mischt sich durch, von Jugendlich bis ins Alter. Auch wenn der Name italienisch ist, findet man im Venti Duo nicht nur italienische Mode. Unser jugendliches Programm kommt eigentlich aus Amerika, heißt Broadway und ich habe auch dann ein holländisches Programm hier drinnen, das heißt Jaja. Also es mischt sich ein bisschen durch, nicht nur italienisch. Überzeugen Sie sich vom hervorragenden Angebot des Venti Duo und lassen Sie sich von Petra Schilcher und Ihrem Team beraten. Das ist ja auch ein bisschen durch, nicht nur italienisch.